Dieses Mal zeige ich euch, wie ihr Werbung in den Instagram-Stories schaltet. Die Instagram-Story-Ads sind im Prinzip nur ein Anzeigenformat. Das Aufsetzen der Kampagne funktioniert im Prinzip genauso wie bei Werbung auf Facebook. Als erstes legen wir das Ziel der Kampagne fest. In diesem Fall nehmen wir Reichweite. Facebook wird die Anzeige also darauf ausrichten, sie möglichst vielen Personen zu zeigen. Zuerst das Ganze benennen. Und als Entwurf speichern. Hier stellen wir jetzt erstmal die allgemeinen Einstellungen wie Budget und Zeitplan und die Zielgruppe ein. Die Zielgruppe hast du im besten Fall schon vorher definiert und musst sie hier nur noch einfügen. Auf der Ebene der Anzeigengruppe kommt der wichtige Unterschied, die Auswahl der Platzierung. Hier wählen wir nur Instagram. Das Wichtige, um Story-Ads zu erstellen, ist, dass auf Ebene der Anzeigengruppe als Platzierung nur die Story ausgewählt wurde. Nämlich nur, wenn ausschließlich Stories ausgewählt wurden, wird im nächsten Fenster das Story-Format angezeigt und du kannst direkt im Werbeanzeigenmanager deine Story erstellen. Du siehst, die Darstellung und die Optionen sehen hier ganz anders aus. Wir haben drei Story-Bilder zur Auswahl, die wir gestalten können. Du kannst hier jetzt deine vorbereiteten Story-Bilder einzeln hochladen und zu den einzelnen Slides links hinzufügen. Überleg dir gut, auf welche Website du den Nutzer schicken willst. Beachte außerdem, dass Links mit Wischen von unten nach oben geöffnet werden und dass dort ein kleiner Pfeil mit Anzeigen eingeblendet wird. Da unten also am besten keine wichtigen Elemente hinpacken. Links oben wird das Profil eingeblendet. Außerdem wird je nach Modell des Smartphones das Bild abgeschnitten. Packe deshalb die wichtigen Elemente in die Mitte und lasse etwas Platz zum Rand. Die drei Slides laufen dann genauso durch wie eine richtige Story. Wenn dir die Vorschau gefällt, ist deine Story-Ad auch schon fertig. Wie du eine Werbekampagne erstellst und Zielgruppen anlegst, erkläre ich dir in unseren anderen Tutorials.